Komm, komm, komm Usain Bolt Usain Bolt Auf der Überholspur Usain Bolt überholt Usain Bolt ist Weltmeister Jo Leute, was geht am Herbst? Willkommen zu einem GTA 5 Let's Play Ich nenne es nicht Let's Play, ich nenne es Gameplay GTA 5 Gameplay Ich wollte euch mal so ein bisschen zeigen, was ich so drauf habe Ein bisschen Auto fahren Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht Vielleicht wissen es ja der ein oder andere noch nicht Ich habe es bei Facebook gepostet Und ja, dann fahre ich mich in ein Auto und zeige euch ein paar Sachen, die es hier so gibt Was einige von euch so interessieren Dann fahre ich mal los und schneide so die besten Szenen auf jeden Fall raus Da will ich euch schon mal viel Spaß Und mal gucken, was wir hier so erleben in der City Auf jeden Fall, ihr seht ja schon Ja, geil, erster Stern, welche gegen Polizei Auto fahren Ihr seht ja schon, wie sich das hier so Sag ich mal, handelt mit dem ganzen Autofahren und was auch immer Nur mir ist mal aufgefallen, wenn ich mit der Elgato aufnehme, also mit so einem Komponenkabel da Über dem Fernseher ist meine Grafikauflösung schlechter, als wenn ich nur mit HDMI Kabel mache Und ich fahre jetzt hier mal ein bisschen nachts, ja, ein Uhr nachts Durch die Stadt von Keine Ahnung wo Wo spielt das eigentlich? Ich könnte es mir in den Kommentar ausschreiben, ich habe keinem lasst eine Stimme Und Ich baue auch mal gerade ein paar Unfälle Oh, hier war die geile Stelle, hier ist ein Skatepark Ja, verpiss dich mal, Alter So Kommt man da rein, ist jetzt die Frage, ich glaube hier oben Jetzt kommt die geilste Szene von allen Nein, scheiß Auto Äh, Polizei meine ich Fuck, Alter Wisst ihr, wie ihr das geilste machen, was es gibt? Genau, kann man das nicht durch? Nein, 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 bis Opfer Oh, alles voller Polizei Autos Scheiß, Mann, ich glaube, die haben mich Ah, Loser Wie kommt einer nochmal in den Skatepark, weil das war richtig lustig, ich habe das einmal gemacht bis jetzt Kritisch Da oben irgendwo lang Da ist der doch, oder? Ja Ich will ja mit dem Auto rein Da, kommt man sicher Nein Hä? Da, 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 da Rückwärts, rückwärts Wehe, Polizei, du rammst mich Rückwärts einfach rein Bäm, jetzt hier driften auf dem Platz und jetzt Kommt hier krasse Action von mir im Skatepark auf jeden Fall So, und Ach, ich treff nicht Nein Dreh nicht richtig Als ich einmal richtig draufgefahren bin, ihr werdet es gleich sehen, wartet, wartet, wartet Da hatte ich zwar auch ein geileres Auto, ich habe mir jetzt hier mal das nächste beste geschnappt, davon fahren voll viele in der Stadt rum Aber da gibt es auch noch so richtig geil aus Audi A8 gibt es hier So, jetzt Jetzt fahre ich mir da rein und Alter, Kickflip, whatever Letztes Mal ist mein Auto dabei explodiert Hä? Ein BMX? Kann ich das klauen? Digga, chill mal kurz hier Kann ich denn BMX haben? Bruder Kann ich denn BMX? Hey, hey Kann ich? Das ist aber nett Weil es war ein bisschen BMX hier Und wir hatten dabei von der Polizei Ey, fahr Fahr doch Idiot, Alter Ach, man fährt mit X Nein, jetzt bin ich tot Egal, wir sind am Skate Bäm Okay, es gibt aber Der macht so viele Aktionen dabei Das ist einfach richtig witzig Und? Oh, Fail, Digga Ein Kaffee Bäm 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 Die aber Bäm 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 Und Bäm Bäm Der fällt einfach nicht um Bäm Fall doch rum, Wichser Dankeschön Wo sind wir hier? Wie bei Wrestling, Alter Scheiße, Mann Bäm Kinnerhaken, Alter Scheiße, Mann, das ist so lustig Auto, 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 Auto Haben, 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 haben Wollen, haben, haben, wollen, wenn nicht grüner wird Yes Schleck ein Schleck doch Nein! Ich glaube, das soll es nicht Sind sie behindert? Okay, dann gibt das Auto doch Ist ja nicht teuer oder so So, jetzt kann ich mir hier krasse Autoskills zeigen Ich weiß gar nicht, wo ich eine coole Aktion machen kann Ich melde mich da wieder, wenn ich etwas cooles mache Alter, wie geil das aussieht Oh, da ist ja noch so ein Auto So Jetzt finden wir hier erstmal eine coole Scheiße Erstmal eine Boilerei gemacht Bäm Trickshot, Mann So ein nächtlicher Überfall Ich springe über die No Jetzt aber Ich springe über die Mauer Und Greift die Oma an Bäm 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 Okay, jetzt übertreiben wir es mir nicht Aber er ist auch noch fällig Jetzt guckst du so blöd, ne? Scheiße, Arschloch, rennen und weg Komm 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 You say boat You say boat Auf der Überholspur You say boat überholt You say boat Und ist Weltmeister Uh 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 Die anderen drehen schon um Uh 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 Scheiße, Mann Was ist hier los? So, bevor wir dieses, äh Kurze Gameplay beenden Möchten wir nochmal kurz in Ruhe einparken Aber die Polizei lässt uns leider nicht Und nehmen wir das hier Rechts am Rand So, ich hoffe, dass Diese ersten Eindrücke haben euch gefallen Wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, schreibt es in die Kommentare Also ich würde das nicht noch mehr davon machen Weil ich weiß einfach nicht, worüber man da reden soll So, groß und viel Ich kann einfach ein paar Missionen zeigen, könnt ihr dann auch schreiben Und die lassen mich hier nicht in Ruhe Deshalb will ich noch ein kurzes Stückchen wegrennen, wo dann ich noch laber Springe mich einfach mal hier runter und sterbe Ja, aber ich bin nicht tot Alles klar auf jeden Fall Wenn ihr mehr sehen wollt Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ja, vergesst es bewerten nicht Haut rein Okay Ja, aber ich habe euch gefallen Das ist das Ich hoffe, dass ihr euch also